Okay Leute, das ist nur für euch, ihr da draußen, ihr Headset-Körper und so, die ganzen unerforschten Leute da draußen, okay, Benham und BK, das ist nur für euch. Wichser, das ist nur für euch, Hater, das ist nur für euch, Headset-Rapper, das ist für euch, ihr Hurensöhne, das ist nur für euch, Wichser, das ist nur für euch. Hater, das ist nur für euch, Headset-Rapper, das ist nur für euch, ihr Hurensöhne, das ist für euch. Das ist für euch, wisst ihr, wen ich meine, es macht Klick-Klack und kaputt sind die Beine. Fickt euch, ihr könnt mich nicht mehr einschüchtern, dann müsst ihr mich schon mit C und Kali füttern. Krass, Mann, der Junge ist unantastbar, BK ist wieder zu Hause, also Platz da. Die weiche Luft, gib mir neue Energie, aufgepasst, wir haben neues Magazin, ja, meine Freunde, das ist nur für euch. Wichser, das ist nur für euch, Hater, das ist nur für euch, Headset-Rapper, das ist nur für euch, ihr Hurensöhne, das ist für euch. Wichser, das ist nur für euch, Hater, das ist nur für euch, Headset-Rapper, das ist nur für euch, ihr Hurensöhne, das ist für euch. Das ist nicht Weihnachten, hier kriegst du nichts, du Arschgesicht, kriegst von deinem Vater in deinem Mund ein Gangster-Wix. BK hat schon oft gesagt, keiner kann Faxen machen, und früher zählt Rapper, gibt's bisschen Blut und Nackenklatsch. Headset- oder Nüschel-Rapper, ich nenne euch vieles, ihr wollt es nicht, aber ihr Pussys verdient es. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, ist selber dran schuld, dass du dein etwas hängengebliebenes Kind erst mit 28 ein Schulz. Das ist nur für euch, für euch. Wichser, das ist nur für euch, Hater, das ist nur für euch, Headset-Rapper, das ist nur für euch. Headset-Rapper, das ist für euch, ihr Hurensöhne, das ist nur für euch. Wichser, das ist nur für euch, Hater, das ist nur für euch, Headset-Rapper, das ist nur für euch, ihr Hurensöhne, das ist für euch. Du Porn, auf allen Pornos Seiten sieht man, dass es deine Mutter für 10 Cent die Beine breit macht. Das war keine Fabel, nein, du Bastard, das war echt, du Opfer gehst als Fisch zum Fischerfest. Es gibt so viele Rapper, die man einfach nicht versteht, weil die Stimmung deutlich ist oder der Beat einfach zu laut ist. Solche Leute sollte man MySpace sperren, haltet euch lieber vom Mic fern.